Hallo, heute unser letztes Update vor Aachen, also in zwei Wochen ist es soweit, dann sind wir am Samstag in der zweiten Prüfung und wir haben eigentlich ganz große Schritte gemacht. Ich war letzte Woche in Holland und wenn ich da ankam, war ich eigentlich nur noch Passagier, konnte mich draufsetzen, aber das war es auch und wir haben zwei Wochen haben wir viel Zeit zusammen verbracht und spazieren gegangen und natürlich auch gearbeitet und ja, es hat uns sehr viel weitergeholfen, wir waren auch mal ein bisschen frech, weil wir auch mal durch mussten und auch mal kurz sagen mussten, dass manche Sachen nicht okay waren und wir sind auch zum Reiten gekommen, wir können jetzt Schritttrap galopp, sie sind noch sehr an der Basis, aber es ist schon okay, es wird langsam besser und wir haben ja noch zwei Wochen, nächste Woche sind wir noch auf der irischen Fall zu sehen, wo wir zusammen mit Yvonne stellen unsere beiden Mustangs vor und ja, wir haben also nur noch ein paar Tage zwischendurch, um richtig zu trainieren. Und ich freue mich unglaublich, jetzt euch bald in Aachen zu sehen. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei, auch wenn ihr noch Interesse habt an Leo, dann bitte sprecht mich an, kommt vorbei und lernt ihn auch kennen und dann freuen wir uns auf euch. Bis dann! Ich freue mich, ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020